ja mein name ist an die europäische zurück zuletzt place da war ich wollte eigentlich meine waffen noch mal ändern und ich habe vergessen direkt zwei minuten nach dem letzten part hier wieder aufnehmen darum ich bin rewan wenn sie mir so blöd dass man nicht seine dass man beide klingen nicht ändern kann irgendwie hätte ich mir doch da hätte ich mir doch schon so ein bisschen gewünscht wir haben in der letzten folge ein bisschen kobe erkundet wir haben eine komische imperiale basis abgeschlossen wir haben ein boss besiegt wir haben regt den türtechniker besiegt es war ein knallharder kampf und ich weiß nicht wie wir den überstanden haben den kampf aber wir haben es geschafft also von daher ja ich will mal ich will mal ein bisschen ausprobieren und zwar jetzt war ich dich kaputt so ich glaube hier will ich gar nicht hin doch weiter was hier ist eine truhe streuen zu dunkel gerade so ok ich dachte wir sind versehentlich über die über den weg über den weg der haupt story gestolpert habe ich mal lieber mich einer von diesen piepätzen ja noch mal trifft dann bin ich wieder toten er ist ja problem und ja ich wollte eigentlich an der haupt story weitermachen aber mir war nicht klar dass ich auf dem weg der haupt story war also ja in diesen komischen berg da und empore geklemmt geklemmt gestiegen dass wenn sich deutschland englische sprache in eine sprache verein da irgendwo ist hier glaube ich eine truhe aha boah boah jetzt kriege ich ja alles neue sachen aber wo ich letztens im gehe mit bekommen ab schon er wird ausgegeben habe okay ich bin die ich bin die schwimmsteuerung von genshin impact jetzt gewöhnt deswegen ist er jetzt so komisch so er hört mal kurz eine sekunde so da oben kann man da irgendwie hin aber ich komme nicht da oben wenn ich komme da irgendwie anders denn glaube ich so soll ich irgendwie hier angehen da gleich diese piepmetze ja ich war versuchen dieses eine oktobokto viecher zu erledigen nein danke ich kriege jetzt mal einen halben herzen fahrt wenn ich sehe ich sehe wie diese viecher da ja geht ihr mal aufeinander los ich darf festhalten ich weiß es nicht schießen auf mich wenn ich jetzt mal kurz stellen danke nach so ich muss sowieso darüber ich weiß nicht sieht so aus nee so eine sache fehlt mir noch schatz dazu mit sich sehen da ok seid einfach hier am chillen miteinander sehr gut wie auch immer ich aus 1 schuss 2 gemacht habe so auch da unten ist das meter zu uns kann man eingang weit war ich doch schon ja obwohl er noch rot ist anscheinend so wenn wir schon pflanzen irgendwo jetzt sollen so was sein ich bin dein verbündeter ich muss mal gucken was ding ist vor mir eigentlich ich habe keine lust ich gehe sondern ja ist nicht noch mal zurück zum meter zu gucken mal was hier noch so ist gott ja nein ist wo wir auf mich zukommen ist so herr ich krieg dich gleich ja es ist ja ok so so viele orte nicht mehr als hab hier hinter hinter mir ist auch noch was er kann ja alles noch irgendwann helfen wenn wir glück haben da ist das hier hier waren wir gerade gerade ich meine im letzten part sah da steht damit mal auch nochmals zurück wegen diesen diesen kopfgeldjäger auch immer da oben aber noch was ich habe da war ich noch nicht so hier müsste irgendwas sein nein hier oben ach da kann man hoch welchen die im leben gesehen warum so werde ich auch nie glaube ich alleine gefunden okay so dann ja den roboter da müssen wir hohen manchmal kann ich jetzt da hoch von alleine ich glaube ich brauchte also ein anderes wie ich ne an der warte da kam nicht anfassen jetzt schnell ich bin so schnell ach jetzt muss ich wieder so ein böses wie ich rufen nein ich möchte ich glaube letztens bin ich irgendwie eher so einem dach aus dahin gesprungen da geht es gern es auch noch deswegen bin ich nicht dahin gekommen da sind jetzt immer diese dinge drohen lackierung hey die kann man sich dabei dings holen kann man sich dabei denken sie auch holen samen kapsel da finde ich doch nie im leben das ist ja irgendwo in sprechung der nähe irgendwie nicht mehr ich glaube da muss ich wieder zum anderen zurück die idee hat zu finden wird natürlich ein bisschen nervig falls er überhaupt notwendig ist für irgendwas ne aber okay ich glaube aber so machen diesen einen boss hier in dem berg level raiders da muss ich erst mal gucken wohl ist ne ich will aber erstmal ein level ab hier abholen weil ich bin wieder sicherer ich weiß ich würde die markierung da ist ja man noch ein paar sachen hat es nie so ist noch ein weg wo ich nicht reingegangen bin dann müssen wir zum neblige weite die macht ist mit mir haben wir mal ein du bist am anfang klingt nämlich so ne überhaupt nicht das ist hier dieser albtraum ort so altraum parkour da ok kann weitergehen es ist eigentlich immer noch dunkel ja ne so hier gibt es noch einige nicht befundene seilerutsche muss ich hier hin um das hier zu aktivieren wird man das nicht mal dahingehend dann realer posten und dann habe ich eine abholzung freigeschaltet ich weiß nicht ob das war ich doch gerade nicht natürlich aber sehen so ein aufzug den ich aktivieren kann hinter bin ich schon mal gegangen da habe ich denn da nicht den abkürzungen freigeschaltet hier bin ich falsch mir wäre es sehr viel lieber wenn die karte die ganze zeit da werden er braucht die die immer wieder aufrufen zu müssen begann so aus der orientierung irgendwie ja ich komme ich da überhaupt zurück aber so war von da habe ich vergessen der abkürzung zu aktivieren wir haben dort aufgehen können da war so ein rotes licht wahrscheinlich nicht nehme jetzt mal an deswegen bin ich da habe ich das ding nicht berührt damals da wäre jetzt so meine logik so meinen vergangenheit sich warum ich das nicht aktiviert hatte ob wir den oberland der werkmann das heißt ja nicht das thema direkt daran muss so ich erinnere mich genau hätte ich auch irgendwie probleme damals und da bin ich irgendwie nicht zurückgegangen ich nehme an ich kann da nicht hin springen versuchst gar nicht als genau ich habe von dark die werden damit ich darüber gerannt ich kann mir den blöden raketen die funktionieren manchmal manchmal nicht ich erlebe noch hatte ich auch das ist ja auch gar nicht irgendwie da trennen kannst ich weiß nicht ob ich das schaffe nein ich muss es tun ja ich weiß man kann die dinger hier erkennen welch man abschneiden muss aber ich tue immer aus sicherheit alles abschneiden wenn da muss die ganze fauna schon dann sterben ok dran glauben meinig mit wir da haben wieder was zum schlucken ein klumpen den verkaufen wir in doma's laden nein ich dachte es ist neu gerät das ziemlich praktisch was so ein bisschen so zehn dinger viel mehr noch ja warte mal da muss ich noch irgendwo hin ich habe mich ja wahrscheinlich nicht so gut umgesehen weil ich hier die ganze zeit in gefahr waren die gegner hier so stark sind noch mehr mal so riesige viecher und so rum Gott weiß ich warum ich das warum ich das jetzt gerade so erschreckt da kommt irgendwas tickets raus also hier müsste jetzt sein sieht er das anbiet ich kriege ich muss gleich was kann ich jetzt hier wird ist so da sind ruide auf der seite ich jetzt voll am ende hängen übergehen müssen macht er wie gar keinen sinn hat sich immer wieder zurücksetzen irgendwie stimme mir vor wie so ein an und ausschalter irgendwie muss in einmal an das könnte entweder sehr lustig oder sehr schmerzhaft sein besieger fünf rancor ok ich habe elf stimms ihr habt keine chance da da oh ja komm mal her aber kann ich mich überhaupt heimen bd den grad hackt sehr guter drohe dk ja ja kannst jederzeit angreifen wenn du willst hier will ich vom weiten angreifen oder was das ist das ist das ist das ist das ist wenn das ist ist nein es geht auch nicht los das gesicht ich habe direkt angegriffen aber da warte ganz ruhig wir haben eine chance zu machen natürlich dreht sich um nein ich kann jetzt immer noch hypnotisiert okay leute noch ein bisschen ab ja wer ist tot alle ich sehe überhaupt nichts da war noch relativ tödlich fand ich die gegner mit hektik fähigkeiten punkt so fähigkeiten punkte als belohnung zu bekommen sind irgendwie relativ schnell und spektakulär geworden habe ich so gefühl jetzt habe ich hier glaube ich alles für das erste eine menge zeug ist immer noch nicht haben zum beispiel hier wie komme ich dahin muss erstmal wieder herunter neblige weite wo bin ich ja mal daran wird schon richtig sein also mit der zutze okay und bist du in daten gleich pariert spiel es genau wie die tels auch sehr soweit man irgendwie gut ist in dem spiel macht es viel mehr spaß hat möglichen tricks irgendwie so ausgefunden hat dann sieht es auch gut aus so ich muss mal kurz gucken ich habe gleich mal leveln so ich muss hier hin zum neblige weite und damit ist man mal da lang ich muss mich konzentrieren erst mal geben wir unsere vier punkte aus wie ich sagen darauf sollte ich vielleicht auch mal versuchen beide paradeschub im richtigen moment stoßen ich glaube ich hatte irgendwie funktionieren wird irgendwann aber wir können es mal versuchen wenn ich mir mal schmettern der weg da jede stärkere treffer aktion auszulösen also hier sind länger betäubt da wäre nämlich sehr viel besser ansonsten finde ich diese diese machtfähigkeit noch relativ lahm also ja das sind octobock da wollte ich auch machen aber erst mal wenn wir schon mal hier sind so ein bisschen wir haben schon letztens hatten boss kampf mit mit rick deswegen darf ich ja nicht zu sehr überfordernde der herausforderung so dass ich mir sogar notiert genau das ist immer der pferde muss ich mal gucken so wie bin ich jetzt noch mal ausgerichtet wo man sich lange ich glaube ich hatte ich da lang kann nein so eine wand angezeichnet mit der wand angezeigt möchte das aktivieren was 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 das ding was 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 verpasst hier irgendwie habe ich das gefühl wird nicht aktiviert richtig von letztes mal manchmal von daher kommen wenn man wird dann gehen wir in den anderen weg ja ok die pari animation schon immer so sind neu aus irgendwie ich noch nie mit einem großschwert irgendwie repariert ja ich hatte mal schon angesprochen warum mein schwert überhaupt irgendwie schwieriger wird natürlich überhaupt langsamer angaben ich glaube nicht dass wir so ein big foot gegen dich zu kämpfen er hat mich jetzt wieder von abhalten ich ja um zu sehen weiß nicht wo ich gerade langlauf rechts war ich noch nicht okay ganz ruhig jede menge sicherheitsverkehrungen was wer wollte das wohl alles unter verschluss halten ja weiterhin legendären unterlippenbart von neugierigen augen verstecken was hat da komme ich doch nicht hin oder wo bin ich ja dann war es nicht glücklich zu sagen abscheulicher geilen stund aber auch wenn er mich einmal trifft bin ich tot ja dann kommt wieder so weit wird mich wieder mit einem schlag fertig machen ich weiß auch gar nicht mehr im weg von dem viecher da gibt es auch nicht eine abkürzung irgendwelchen immer so weit entfernt aus da kommen wir hier hier ist das denken da will ich hin da bin ich hier schon wieder genau das meine ich nicht muss ja ich jede sekunde nach wo genau ich noch mal hin muss dann muss ich mal gucken so ja da muss ich ja jetzt wie ich stehe ab also sehr viel stärker werden kann ich ja jetzt eigentlich auch nicht mehr vielleicht vielleicht irgendwann mal noch so ein hp upgrade oder so nennen aber da war es doch wahrscheinlich auch da weiß ich mich wie jetzt hier so ein renko oder so oder sie doppel renko hier machbar sein soll ich weiß nicht wieso aber die musiker nämlich irgendwie hat an tom und jerry so ich will jetzt erstmal hier die abkürzung freischaden wie komme ich dahin ich habe keine ahnung muss dadurch die tür gott ich muss mir alles merken muss die tür geradeaus ich muss einfach rüber springen okay ja ich weiß ja ich muss nicht besiegen wegen dem dinge ja ich werde ich tue immer mein angriff fenster hier verpassen und herr stück mitten in die wirbelsäule rein dass wir so ein bumper irgendwie das heißen die dinge sie geht die fiecher von hoff so heißen den app am paar eine andere version davon da muss ich ja ich muss da gar nicht runter zu erreichen da kann ich dann irgendwie runter aber ich muss darüber und zwar pflanzen um das betagte wären eine gute abkürzung ich glaube das ist auch jetzt abkürzung hier naja war ich noch gar nicht da dürfte abkürzungen bis zu den ein boss wie ich ein bisschen einfacher machen ja ja dann gehe ich einfach hier lang dann gehe ich da unten dann gehe ich einfach darunter perfekt aber erst mal ja hier lang da habe ich nämlich wieder hat gefunden da konnte ich noch gar nicht rüber genau sagt so genau als ob ich mir ist auch mir hat noch mal eingefallen ist aber uns kann nichts aufhalten oder okay lange das wohl schon hier war gartener arbeit sie haben ein paar samen gefunden sie wollen in unserem garten wachsen können es wird nur noch eine essenz und ein schatz jemand eins davon ob man hier eins davon ist von dem boss noch bewacht was bedeutet wir haben eigentlich schon alles ja bringen wir das zu doma schon wieder aus wie so ein ort hier der eigentlich nicht betretbar ist warum gehe ich da überhaupt nachschauen ich habe da alle samen kapseln ja so ich nehme jetzt dann sehr stark an jetzt muss man noch dadurch besiegen wo hier oder wo muss man sich fallen lassen ja wir sind voll nicht offizieller weg aus wo man hat oder liquid so ein unfaire angriff dafür müssen wir hier mit nicht schwerden werfen ich werde doch nicht neben dem klappen oder ja da hätte ich schubsen müssen aber war ich habe so eine angst da habe ich mit einem schlag ja fertig sehen wir uns hier nach jedem treffer mich heilen glaube ich aber ich kann auch mal nicht schwer werfen ja komm mal jetzt ja durch ok wir hatten schon informationen über ich glaube nicht das ding ist neu aber noch nie gesehen mitten im gras kühne einen neuen bonus eine andere fahrt eine andere farbe wieder hat dieses zocker dingen die prospektoren ziehen aus die bestien ziehen ein ein unwirtlicher ort für ein zu hause ok da ist jetzt mal wieder im weg zum speichern zurückfinden ich nehme jetzt gerade weggegangen da bin ich mal nur ein ich muss da sagen ok dann wollte ich verweist nichts zu machen irgendwie ist ja nichts hallo hallo ja von der kommen oder das geht so hoch ich möchte sich noch wieder ich habe gar nicht abkürzung vorgeschaltet ich komme jetzt wieder dahin war ich hatte die navigation in diesem spiel ich hoffe wenn wir mal ein dritter teil rauskommt dass sie hat müssen verbessern werden weil mein gott ich lande hier unten das ist jetzt nicht wahr ich will dann noch zum speicherpunkt macht es doch nicht immer so kompliziert man den ganzen mit hier so rumlaufen und dahin zu kommen da sind auch unschön warum muss ich mir jetzt wieder lang ich werde so einen riesen umweg machen dahin zu kommen zu irgendein speichern da bitte sagt mir bringt mich zurück zum ja glaube ich ich habe es nur pump kann dann sagt man ja ding gibt kühnheit örtlich schaden aber der erlittene schaden mit ihm was das klingt nach einer sau dumm idee auf jede großmeister wir sind hier noch hallo na gut versuchen wir uns mal an diesen einen fähig wo ist it battlem raider keine ahnung basis oder so jetzt wirst du das ist gewisse ansiedlung becken da ist fort carlin wird aber hoffentlich jetzt mal klingen wie erledigt kriegen oder so so komme ich da irgendwie jetzt hin ohne diesen riesigen umweg zu gehen denn ich bin die einbringen kann er wagt es bei mich kann ich auch nicht wirklich umschauen wir über ihr gegner sind ich habe ich kann eine abkürzung also falsche der weg ist irgendwie schon das schlimmste finde ich ich habe schon die hälfte meine ap verloren aber ich habe offen weil sich auf den armen nehmen so naja was geht die darunter zu holen bringt sie auch irgendwie nicht glaube ich da gibt es ja irgendwie eine abkürzung die freischalten kann da kann man runter anscheinend das ist ein neues gebiet sich gerade um aber ob das irgendwie besser ist hier zum erreichen nein das ist darunter also hier sind eine menge pflanzen die ich finden kann diese reflexe von mir hat hat gesehen wenn wir da kommen vielleicht gibt es irgendwie einen besseren weg das ding zu erreichen ich glaube aber eher nicht was auch voll verpackt aus vielleicht kann gar nicht darum laufen wird geschubst der näher näher ich mich nicht ganz vergessen wir arbeiten natürlich sagt fischer schon wieder ist sie ja schon wieder wasser da bestimmt wieder irgendwo herum das machen wir ja sagen wir sollten wir ein pflanzen kommt sehr neu im garten sind da war ich auch mal vorbeischauen wahrscheinlich ist aber auch irgendwie nichts ein bisschen fauna das gedacht ich würde jetzt hier noch ein bisschen mehr finden ein paar mehr sahen oder so da müssen wir uns ging das eine für ich noch mal stellen ich hoffe ich schaffe man hat ich dachte ich mache mich auch mit einem schlag fertig weil ich glaube alle late game bosse irgendwie machen das schon mittlerweile was ich nicht so toll finde so viel stärker kann ich jetzt nicht mehr werden gegen den schaden wappnen geht mich und scheint auch irgendwie gar kein bonus zu geben der schaden verringert es gibt einen der tut schaden erhöhen cool aber da sind wir eins der offensichtlichsten bonus die man hätte kriegen können finde ich habe irgendwann was den schaden reduziert damit wir leute auf jede große meiste auch eine chance haben so er scheint irgendwie keine abkürzung zu geben hat als jeden wenn ich sterbe muss ich hier den ganzen weg hier um hoch klettern würde nicht hören kann ich habe mich nur bewegen aber der hat schon wieder direkt einen roten angriff gemacht naja also ich muss mir jetzt im wg merken dahin dann dahin ich werde einfach mal aber nicht so schwierig da stirbt er dieser angriff warum habe ich mich nicht geil ich habe eigentlich gedacht wird mir so und du wirst vielleicht mal auf die losgehen bisschen wir sind jetzt eigentlich nur noch nervig die augen sind noch neben einer war möchten schon wieder das ding verpasst kann ich das ding mal einsam nicht gibt es nicht da kann bis jetzt tausend mal nerviger mal leute ich kann nicht kämpfen gegen das man kann man aufhören auf mich zu schießen schief auf das fähig ja das müsste ich dann wieder so machen also meine late game taktik ja ist klar ich bin ausgewichen wir voll ausgewichen der doch ja kein mist man der kampf war tausend mal nerviger in den blöden ruinen da oben ich habe macht verbraucht als ich hab gemacht doch cool nein er kommt wahrscheinlich noch ganz draußen wir jetzt natürlich noch nicht draußen bringt es nicht so dabei ist ja los warum krieg ich die dinge nicht gekocht weil man irgendwie als einziger hat man sich kämpft ja ich kann irgendwie näher an so ein ding hier hoch trainieren irgendwie so also üben weil es dann einzige fichter irgendwie genauso drauf ist wieder maximal nervig gerade heute ich habe einer eingesammelt ich komme mit dem buch von dem fliege klar und mit dem angriff nicht hier ist blöde fähig es gibt es jetzt nicht warum trifft er mich auf einmal mit dem an ich weiß nicht was ich ja machen ja ich sei natürlich immer noch probleme gegen hat wie ich habe ich habe genauso wenig ich habe genauso wenig chance ging natürlich wie vorher ja wo schießt mich noch jemand ab die ganze du na was zum hallo da oben dinger typen sicher jetzt erst ja ich tue das ding wahrscheinlich da aktivieren das hat mein auf planer schuss oder was gegen den bringt aber auch richtig jetzt verarscht mich nicht so ein schlag überzeugen dagegen machen also voll und fährmann war ich bin ein schlag erledigen bach gibt es da jetzt einfach nicht hier da ihr nach oben da ihr nach oben ich muss jetzt ein bisschen hp hat ich bei ihm kriegen kann ich kann ja nicht treffen ich habe einfach meinen aufgeladener schuss ist jetzt stärker geworden und gar nichts ich weiß nicht ob ich das wollte obwohl ich meine schüsse zurück bekommen ich gehe mit dir nicht in den nahe kam da kannst du so was man gibt vergessen was ich bin ein schlag kaputt nein danke jetzt muss ich in den nahe kampf er bewegt sich aber auch so komisch da und er macht dazu zeit verzögert und er hat noch mehr angeführt kugel er darf ich kann ich nie im leben im nahkampf erledigen er ist irgendwie am glibste naja ich kann man nicht schwecken schwerfen er ist so am glitschen ich komme mit dem nicht klar ich habe noch nie so viele probleme mit dem mit dem boss gehabt hier in dem spiel da war eine idee glaube ich der gegner gefällt mir gar nicht so ich muss ja ein bisschen hier nicht weg bis ich den erledigt habe so ich brauche keine erfahrungspunkte da brauche ich nicht man hat und man nicht schwer war manchmal nicht schwer wo auf nicht mein verbesserten so dass er werde ich brauchen aber ich meine es hat ein lichtschwert wo ich weiß ja eigentlich los noch irgendwann mit ein so ich mit so wenig erfahrungspunkte aber ist ja egal so 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 mega wie billig das ist mancher mache das ist mir vorkommen wurscht hoffe ich kann das blöde wie ich erledigen irgendwie wenn ich jetzt eben würde ja manchmal treffe ich dann manchmal nicht das ja 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 also wie dazu was hat meine verbesserten nicht schwertwürfe machst du jetzt ich trappe damit nicht ach komm schon man hey dieser kampf kotzt mich gerade vor land so ein billiger kampf ich habe keine lust darauf ich mache da jetzt so lange bin ich denn da lehre ich nur so einen billigen kampf hier machen wenn wir euch nichts hier die macht aufzubewahren da ich habe die ganze zeit immer dagegen ich gehe nicht runter nicht wenn ich noch nicht muss ich komme immer an diese blöden bohnen daran woch was mit der macht erreicht den von hier aus mehr aber das gibt es nicht du kannst nicht zwei von diesen angriffen bringen ich überlebe kaum ein angriff meine güte so ein billiger kampf jetzt mal hier hinkommen war war mir schon jetzt schon wieder nein kannst du dir ausbrechen ich kann kein einziger kommen von ihm überleben ja nein 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 wir haben eine super anzeige bitte nein 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 nicht so ein unschöner kampf ich kann nicht in wort passen das ist ungefähr gibt es doch einfach nicht so ein unfairer kampfmann na ich muss mal gucken wo seid ihr mit den schuss schaden ich meine ich weiß nicht wie viel schwer schaden hat macht ja da hätte ich gerne da brauche ich nicht ich habe so gefühlt bringt überhaupt nichts so blaster schaden aber mehr brauche ich nicht scheint definitiv irgendwie meine blaster schützer verstärkt zu haben durch dieses eine upgrade aber mein gott es hat immer noch nicht genug so meine strategie ist erstmal ich muss sowieso ich habe mich ja sowieso wieder hoch macht und all das durch diese gratis schaden hier noch abziehen und wenn ich hier meine da muss ich jetzt noch mal bringen nein warum nicht auf macht er da irgendwie so zwei drei verschiedene angefangen aber die die bringen mich alle rum hey das ist jetzt nicht wahr ich bin zur seite aus wie ich bin diesen angriff schon so oft mal ausgewichtete aber hier trifft mich immer damit ich glaube ich hatte gerade was ich tue ihn ganz langsam ich tue ihn schon irgendwie wenn ich darunter gehe habe ich den schon ungefähr die hälfte hp abgezogen was gut ist man sagt hier macht das ding auf kann hier schon mal ein bisschen gegen den kämpfen man nimmt wahrscheinlich mit einem schaden aber man soll versuchen jetzt sagt nicht die chillen da unten mit dem eines hier oben am schild ich muss jetzt bisschen ja am hp abziehen was ich kann einfach nur voll wenig hp sind ne vollkommen gar nicht ja ich muss jetzt schon die hälfte hp abziehen mit all den zeug ich wünsche meine platzer schütze wünscht auch planen nicht irgendwas ich habe keine macht ich kann mich nicht heilen weil ich nicht voller ap wenn wir sind auch in arme ich wollte noch ein bisschen macht haben ich weiß ich sage eine menge auf nein aber ich weiß nicht mehr was auch immer da drin ist ein bisschen taktik und strategie poncho die präsenz die ich lange nicht mehr ich erinnere mich guck mal so sagen wir noch im ersten tag aus jetzt mit anderer frisur so klar kennt oh mein gott dieses fähig habe ich sowas von gehasst ich glaube da hat es ein bisschen gemerkt hat er in kampf hier überwacht so cool ich dachte jetzt noch mit zum weiter so hier jetzt noch irgendwie ich dachte aber hier drin da ist bei kackte wie ich haben wir erledigt wenn ich sowas von vor oder war ein absoluter albtraum will ich nicht noch mal machen will ich würde sagen wir machen der feierabend weil ich weiß eine pause wird dann gehe ich mal kurz ja schnacken schnacken jetzt reden aber gleich in ihrer leeren drei sachen kann ich gerne ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ganz ruhig ich sehe wie ich hier drei sachen lernen kann kraftvoller wurf ich weiß gar nicht was ich noch lernen will dann sparen wir dort ich während dem partie ja wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn wir und was auch immer machen werden keine ahnung hier sind noch eine menge geheimnis lieber noch nicht entdeckt haben aber die werden wir schon alle irgendwann lernen und finden weil ich überhaupt gerade auch hier ein poncho wieder vergessen dann sage ich danke schön für zuschauen ich hoffe ich hatte vorher gefallen wenn ja dann hinterlassen liken aber kommentar unter alle gute zeug 2 3 4 5 5